Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Fritzo How To. Jetzt möchte ich euch was über das Beizen und Marinieren erzählen. Beizen und Marinieren ist eine sehr sehr weit verbreitete Geschichte, um Sachen länger haltbar zu machen. Verwendung ganz einfach in Flüssigkeiten. Verdünnter Essig, Wein, Zitrone, verschiedene Kräuter, Salz, Zucker, die machen unsere Lebensmittel, die wir marinieren natürlich noch aromatischer und natürlich auch länger haltbar. Das werde ich euch in den nächsten Online-Kochkursen mit Sicherheit mal zeigen. Die gängigsten Geschichten oder Beispiele, die man hat zum Weizen marinieren, wäre zum Beispiel der Gravit, Lachs beim Fisch und natürlich auch der Saurobraten. Gut, in diesem Sinne, habt Spaß am Kochen. Euer Rizzo sagt Ciao. Bis bald.